Ja, hallo liebe Messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. In diesem Video heute soll es um EDC-Fixed gehen. Und zwar nicht um irgendwelche EDC-Fixed, sondern ich möchte euch heute meine aktuellen Top 7 Plus 1 Budget EDC-Fixed im Preisrahmen bis 70 Euro vorstellen. Ja, wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Auch über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Das hilft mir, das hilft meinem Kanal. Und über einen Kommentar, also eure Meinung, euer Feedback freue ich mich natürlich auch immer. Ich habe versucht, das Ganze wieder, so wie ich es immer mache, versucht von günstig nach teuer, in Anführungsstrichen, einzuteilen. Also mit dem günstigsten oder mit den günstigsten Modellen werde ich anfangen bis hin zu den, ja, ich sag mal, Messern, die dann so an der 70 Euro Marke kratzen. Ich sag's gleich im Vorfeld. Einige der Messer, die ich euch vorstelle, sind nur bei Knifestock für unter 70 Euro zu haben. Die Preise bei zum Beispiel Böker oder den sonst bekannten deutschen Shops, die liegen dann, ja, teilweise knapp, beziehungsweise so, ja, manchmal auch so schon 10er über der 70 Euro Marke. Von daher wundert euch nicht, wenn ihr diese Messer seht und sagt, ja, die kosten doch mehr als 70 Euro. Das stimmt, in Deutschland ist das so. Aber wenn ihr bei Knifestock schaut, werdet ihr einige der Modelle, die ich euch zeige, auch für unter 70 Euro finden. So, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Ja, als erstes ein Messer, das ich schon sehr lange habe, aber immer noch begeistert bin von dem Teil. Einerseits, weil es so schön kompakt ist, andererseits, weil es so wunderbar leicht ist und weil es wirklich, wirklich günstig ist. Das hier ist das Real Steel Marlin. Ein wunderbarer kleiner Ganzstahlstachel aus neuen CH18 MOV. Was mir hier auch sehr gut gefällt, dass wir hier einen wirklich großen Griff haben. Im Vergleich zur Klinge ist der Griff wirklich ordentlich lang, sodass der wirklich gut in die Hand passt. Das Messer ist sehr schmal, ist wie gesagt ein Ganzstahl fixt. Wer mag, kann sich hier eine Paracordwicklung drum machen, dann ist das Ganze hier im hinteren Bereich nochmal ein bisschen voluminöser und liegt dann natürlich auch besser in der Hand. Aber für kleine Arbeiten, wie man Apfel schneiden, wie man ein bisschen Gemüse schnibbeln oder mal ein Briefchen öffnen, ein bisschen Pappe zerteilen. Dafür reicht das Messer so, wie es jetzt hier ist, in der Version oder in der Variante ohne Paracordwicklung, absolut aus. Ihr habt eine schöne Kaidex-Scheide dabei. Das Messer sitzt hier sehr gut und sicher drin. Wackelt ganz leicht. Also wirklich nur ganz, ganz, ganz minimal. Leicht, handlich, wunderbar scharf, sehr schneidfreudig das Ganze, sehr tauglich. Und das Ganze bekommt ihr für einen Preis, ja das schwankt ziemlich, da sind die Preise recht unterschiedlich. Ich sag mal, für um die 35, 40 Euro bekommt ihr das Real Steel Marlin. Als nächstes, ja, da war ich erstaunt. Dieses Messer habe ich auf Amazon entdeckt. Die Marke sagte mir überhaupt nichts. Drachenader. Chinesischer Hersteller. Jetzt werden einige sagen, boah, das ist ja eine Kopie vom Isola 3. Ja, das ist schon sehr, 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 sehr nah am Isola 3 dran. Aber es steht nicht Isi drauf, es steht nicht Isola drauf, da steht einfach nur Drachenader drauf. Und, ähm, ja, Designanleihen sicherlich vorhanden. Mir persönlich gefällt dieses Messer richtig, richtig gut. Wir haben Mikata-Griffschalen. Wir haben eine Klinge aus 14C28N Centwick-Stahl. Das Ding ist wirklich für einen Fixed richtig, richtig fein ausgeschliffen. Super scharf ab Werk. Ein wirklich tolles Messer. Eine sehr schöne Kaidex-Scheide dazu mit einer Art Tech-Lock. Das Messer sitzt hier wunderbar drin. Lässt sich super ziehen. Wir haben einen Gymping. Das Ganze ist eine Full-Tank-Konstruktion. Die Griffschalen sind abmontierbar. Also, hier bekommt ihr für ungefähr 38 Euro ein absolut tolles, tolles, tolles Messer. Wunderbar tauglich. Liegt super in der Hand. Baut hier im Griff schon ordentlich breit auf. Für mich ein 3,5-Fingermesser. Aber durch den Nupsi hier hinten, wo ihr noch einen Lanyard durchfriemeln könnt, liegt mir das wirklich gut in der Hand. Das Gymping hier ist an der richtigen Position. Macht Sinn. Man kann leicht in den Vorgriff gehen. Sehr, sehr schneidfreudig. Und für unter 40 Euro eine absolute Empfehlung von mir. Namen hat das Teil, soweit ich weiß nicht. Ich glaube, bei Amazon ist das gelistet unter dem Namen Gürtelmesser. Drachenader, Gürtelmesser. Ich werde versuchen, daran zu denken, euch die Messer, die ich euch hier zeige, in der Videobeschreibung zu verlinken. Ich packe sie mal so hin. So, beziehungsweise mache ich das Ganze mal ohne die Kaidex-Scheiden. Dann sieht man das einfach noch ein bisschen besser. Ja, als nächstes ein alter Bekannter. Das USP Neckmuck Arthur Brehm Design mit dieser wunderbaren Nesmuck-Klinge. Obwohl ich kein Freund von vorgefertigten Griffen mit Fingermulden bin, liegt das Messer mir hier wirklich sehr gut in der Hand mit diesem Entenschnabel hier hinten. Der kleine Finger hinten drauf. Wunderbar. Gymping an der richtigen Stelle. Sehr bissig auch. Schön fein ausgeschliffen. Wir haben das Ganze sehr schneidfreudig. Wir haben hier Arthur Brehm Design. Wir haben hier einen D2-Stahl. Ich mag den persönlich sehr. Einen Werkzeugstahl mit wirklich, wirklich guten Eigenschaften. Der ist nicht rostfrei, aber auch nicht so schnell rostend wie ein Carbon-Stahl zum Beispiel. Von daher bedarf der jetzt nicht allzu viel Pflege. Wir haben hier eine gut passende Kaidex dabei. Und auch ein Messer, was ihr für unter 40 Euro bekommt. Und dafür, ja, wirklich viel Messer für wenig Geld. Absolut tauglich. Dieses kleine Teil. Wunderbar leicht, führig. Wirklich ein tolles, tolles Messer. Das Nekmuck von QSP-Lives. Dann als nächstes ein Messer etwas neuerer Natur. Das Marlin ist schon ein alter Hut. Das Nekmuck auch. Ja, wie alt das ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe es erst vor kurzem entdeckt. Auch die Marke generell ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Drachenader. Ich denke mal auch wahrscheinlich eher neuerer Natur. Genauso wie dieses Modell hier. Das Kaiser Deccant. Das hatte ich euch auch mal in der Einzelvorstellung vorgestellt. Wunderbarer Stachel. Das hier schon ein bisschen brachialerer Natur. Also hier haben wir schon eine ordentlich dicke Klinge. Auch hier, ihr seht das, die Full-Tank-Konstruktion. Auch hier ordentlich Material. Das Ganze wiegt auch schon ein bisschen was, obwohl es so kompakt ist. Aber das ist dann eben mal ein Fix für auch härtere EDC-Aufgaben. Also damit könnt ihr durchaus mal auch ein bisschen härter ins Holz gehen. Kabelbinder durchschneiden. Also alles, was so ein bisschen gröber ist, könnt ihr mit dem Deckhand von Kaiser Knives wunderbar erledigen. Wir haben hier einen D2-Stahl. Wunderschöne Mikata-Griffsschalen. Eine schöne, passende Kydex dazu mit einem Clip dran. Der ist ordentlich breit, beziehungsweise lang. Da passt auch ein breiterer Gürtel durch. Wackelt nicht. Und das Ganze auch für um die 40 Euro. Da bekommt ihr wirklich ein ganz tolles Messer. Trotz, ja ich sag mal, der hohen Materialstärke hinter der Phase mit immer noch sehr ordentlichen Schneideigenschaften. Ist jetzt natürlich kein so toller Slicer wie das hier oder das. Aber wie ich schon gesagt habe, für die gröberen EDC-Aufgaben absolut geeignet. Und, ich glaube das hatte ich in meinem Video auch gesagt zu der Einzelvorstellung, durchaus auch als Backup-Messer im Outdoor- und Bushcraft-Bereich tauglich. So, kommen wir zum fünften Messer. Auch das hatte ich euch vor, ja doch schon längerer Zeit mal in einer Einzelvorstellung vorgestellt. Das ist das Artisan Cutlery Sea Snake. Wunderschöne Warncliffe-Klinge. Auch sehr fein ausgeschliffen. Sehr schneidfreudig das Ganze. Das ist wirklich ein richtiger Slicer. Hier macht der Choyle, obwohl ich nicht so ein allzu großer Fan bei feststehenden Messern von Choyles bin, hier macht der Sinn, weil er wirklich groß ist und der Finger da wirklich gut reinpasst. Das Gymping an der richtigen Stelle sitzt, sodass ihr hier wirklich eine gute Kontrolle über das Messer habt. Ansonsten recht universeller Griff. Für mich auch ein Dreieinhalb-Fingermesser. Das Ganze ist sehr leicht. AR RPM 9 ist hier der Klingenstahl. Wir haben eine schöne Kydex in der gleichen Farbe, wie die G10-Griffschalen sind. Also ein wirklich, wirklich taugliches, leichtes, schönführiges Messer. Und das bekommt ihr im Moment für, ja, da schwanken die Preise auch. Ich glaube, ich habe es bei Knife zum Beispiel gesehen, für um die 4,65 Euro. Auch bei Knife Stock gibt es das Ganze für unter 70. Absolut tolles Messer. Sehr, sehr, sehr tolle Klingeometrie. Und dadurch wirklich wunderbare Schneideigenschaften. So, drei haben wir noch. Es ist ja ein 7 plus 1. Auch das ein alter Bekannter. Das Böker plus Kazan. Auch ein ganz Stahl fixt. Alexander Kraver ist hier der Messerdesigner. Ein ukrainischer Messerdesigner. Erinnert so ein bisschen an das Giant Mouse. Wie heißt es? GMF1 oder irgendwie so ähnlich. Ja, sind Ähnlichkeiten da. Aber keine Designanleihen. Von daher, alles im grünen Bereich. Wir haben hier einen D2-Stahl verarbeitet. Sehr schöne Griffstruktur. Stilistisch gefällt mir das sehr gut. Ist ein, ja, ich sag mal, das ist ein Dreifingermesser. Aber liegt gut in der Hand. Wer mag, kann sich hier natürlich auch eine Paracordwicklung drum machen. Ja, so bis hier, dass es noch in die Kydex passt. Dann habt ihr natürlich nochmal ein bisschen mehr Griffvolumen. Und das Ganze passt dann in größere Hände auch noch vielleicht ein bisschen besser. Aber das hier auch ein Fixt für eher, ich sag mal, leichtere Aufgaben. Schön klein. Auch sehr führig das Ganze. Ordentliche Klingengeometrie. Auch hinter der Faser haben wir hier einen relativ humanen Wert. Ich würde mal sagen, das sind hier vielleicht so um die 0,5 Millimeter, würde ich sagen. Also wirklich ein wirklich schönes Messer. Die Kydex ist auch sehr passgenau. Hier wackelt überhaupt nichts. Mehrere Möglichkeiten, da noch Clips oder Ketten durchzufriebeln. Wirklich ein schönes Teil. Bekommt ihr aktuell auch so für um die, ja, knapp unter 70 Euro, 65, 67, 68 Euro. Da liegen so ungefähr die Preise im Moment. Wir müssen das hier mal noch ein bisschen zusammenschieben. Denn zwei Messer kommen ja noch. Ja, und das sind jetzt zwei Messer, die aktuell, ja, ich sag mal, einerseits schwer oder nicht, nicht immer verfügbar sind, weil die Nachfrage da einfach zu groß ist und weil ihr einfach für den Preis, der aufgerufen wird, selbst für die, für die UVP einfach ein absolut tolles Messer bekommt mit wirklich, wirklich hochwertigen Materialien, einem tollen Design. Und ja, wie gesagt, nur bei Knivestock aktuell für unter 70 Euro zu bekommen. Da allerdings, das kann ich euch jetzt schon sagen, zumindest jetzt im Moment, wo ich dieses Video mache, ähm, nicht verfügbar, Wartezeit vier bis acht Wochen, aber die Dinger werden auf jeden Fall wieder verfügbar sein und dann solltet ihr sie auch für unter 70 Euro bekommen. Das ist das Kaiser Smallt. Das hatte ich euch auch in der Einzelvorstellung vorgestellt. Das ist wirklich ein absolut tolles Messer. Sehr universelle Klingenform, sehr universeller Griff, sehr schnörkellos das Ganze. Aber einfach von der Klingengeometrie her, von den Abmaßen her, von den Materialien her, ein richtig toller Stachel. Wir haben hier einen 3V-Stahl verarbeitet, ein wirklich toller Stahl, gerade für Fix- und Outdoor-Messer, richtig, richtig cool. Wir haben hier einen G10-Griff mit einer Mikata-Einlage, das Ganze verschraubt, wunderbar durch diesen universellen Griff, schöne Handlage, vernünftiges Gymping, was Sinn macht, hinter der Phase unter 0,5 Millimeter. Das ist wirklich ein klasse Messer. Kaidex-Scheide dazu mit Tec-Lock. Sitzt hier auch gut drin. Ja, und wie gesagt, wenn ihr das dann bei Knifestock euch ordern solltet, bekommt ihr hier wirklich ein absolut tolles Messer mit einem PM-Stahl. Mit einer wirklich tollen Verarbeitung, wie man es von Kaiser gewohnt ist. Und einfach mit wirklich tollen Schneideigenschaften für unter 70 Euro. Das ist wirklich schon richtig, richtig gut. Und selbst wenn ihr es hier in hiesigen Shops kauft, liegen die Preise bei zur Zeit um die 78, 79 Euro. Und selbst das ist für dieses Messer immer noch ein absolut toller Preis. Und das gleiche gilt für die Plus-1. Auch das hatte ich euch vor kurzem in der Einzelvorstellung vorgestellt. Das Kaiser Harpoon Mini. Auch hier haben wir einen 3V-Stahl verarbeitet. Wir haben Griffschalen aus Ultem. Absolut toller Slicer. Sehr, sehr, sehr spitz das Ganze. Sehr schöne Klingenform. Sehr tauglich auf jeden Fall. Wunderbare Handlage durch die Mulde hier, in die ihr den Daumen legen könnt. Dreieinhalb Fingermesser bei mir. Sehr leicht das Ganze. Sehr führig. Optisch gefällt mir das auch richtig, richtig gut. Und mit dem 3V und den Ultemgriffschalen haben wir hier auch wirklich, wirklich tolle Materialien. Einziger Wermutstropfen ist die Lederscheide. Also Kunstlederscheide würde ich sagen. Die ist halt innen schon ziemlich rau. Die ist halt auch nicht wirklich toll verarbeitet. Es ist okay. Es ist in Ordnung. Aber ja, das würde besser gehen. Aber das Messer, was in dieser Scheide wohnt, das ist wirklich ein tolles, tolles Teil. Und auch das bekommt ihr für unter 70 Euro bei Knifestock. Und wenn ihr außerhalb guckt, liegen die Preise ähnlich wie beim Smalled. So knapp unter 80 Euro. Das ist wirklich ein richtig, richtig toller Preis für ein richtig tolles Messer. So, jetzt haben wir das Ganze hier ziemlich schnell abgearbeitet. Das war ja auch mein Ansinnen. Wollte hier nicht allzu lange faseln. Das sind sie. Meine aktuellen 7 plus 1 EDC-Fixed. Ja, ich sag mal im Budgetbereich bis 70 Euro. All diese Messer sind 42a-konform. Da wir hier eine Klingenlänge von unter 12 cm haben, sind also in der Öffentlichkeit führbar. Mit natürlich Ausnahmen, das wisst ihr, Waffenverbotszonen etc. natürlich nicht. Aber ansonsten sind diese Messer noch frei führbar. Und ja, das ist eine Auswahl, wo ich selbst sage, wenn ich das jetzt hier sehe, da ist von jedem so ein bisschen was dabei. Da ist ein bisschen was Taktisches dabei. Da ist ein bisschen was, ja, ich sag mal, Schlichtes dabei. Wir haben Ganzstahlmesser, wir haben Mikata, wir haben G10, wir haben PM-Stahl, wir haben D2. Wir haben alles Mögliche dabei und wir haben hier eine Preisspanne von, ich sag mal, Mitte 30 Euro bis knapp 70 Euro. Und da, denke ich, sind das wirklich ganz tolle Modelle. Und ich hoffe, dass da für den einen oder anderen von euch was dabei war. Ja, das war es dann auch. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Einschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.